Ganz herzlich laden wir Sie ein zu unserer gemeinsamen Bibelarbeit anlässlich des ökumenischen Kirchentages in Frankfurt. Im Mittelpunkt steht die Heilung eines blinden Menschen. Es wird in dieser Bibelarbeit um Sehen und Sehen lernen oder nicht sehen oder Menschen so sehen, wie sie eigentlich gar nicht mehr sind oder nur bestimmte Dinge sehen gehen. Und wir nehmen Sie mit an Orte, die für eine Bibelarbeit eher ungewöhnlich sind. Nehmen Sie mit zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die uns auch die Augen geöffnet haben, sodass wir nicht nur die Bibelstelle, sondern auch vieles in dieser Welt noch einmal anders gesehen haben. Machen Sie sich mit uns auf den Weg in diese Geschichte.